So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Jawohl, heute was ganz Neues und zwar eine Online-Saison. Damit habt ihr gar nicht gerechnet, bestimmt, ja, ja, bla, bla. Und heute würde ich mal behaupten, schaffen wir den Aufstieg, oder? Hat sich das nicht gut an, Aufstieg? Liga 7? Ne, Liga 8, ne? Liga 7? Liga 8? Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall hoffe ich doch mal, dass das Team jetzt nicht allzu gut ist. Boah, hm. Das ist schon mal die Chemie, ist gar nicht so schlecht von dem. Eine wirklich herausragende Saison gespielt. Und auch der Liga-Titel liegt jetzt in greifbar an. Und da fehlt in den nächsten Partien noch ein einziges Pünktchen. Boah, hat der Pace-Regen. Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da jetzt ausgespielt hat. Nein. Wollen wir den Ball? Boah, das ist glaube ich... Spielalter ist heute Dopplerflank Schmura. Ist das gerade ein bisschen laut, oder? Oh Gott! Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können. Aber er hält ihn fest. Ach, scheiße, Mann. Boah, alter Posten. So, Ball nach vorne. Oh mein Gott. Warum verliere ich den Zweikampf? Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Wobei der Konter... Nooo. Komm schon, komm schon, komm schon. Sissé, Junge. Was willst du mit Sissé? Alter Scheiße. Fuck you. Nein. So, komm schon. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Ja, abseits. Ganz klar, hab ich auch so gesehen. Der Assistent entscheidet abseits... Und heute würde ein Unentschieden reichen. Das heißt, unentschieden. Sehr, sehr enge Entscheidungen, aber sehr gut gesehen. Vor dem Schieß auf der Spannung. What the fuck? Ja, keiner sei, es bei ihm das Telefon klingelt. Was weiß ich. Bla, bla, bla. Komm, mach hin. Aber ich hoffe ja nicht, dass das so einer ist, der die ganze Zeit auf Zeit spielt. Das hasse ich ja so. Aber das... Ah, guck mal, dann geht's weiter. Das kann er ja auch nur dreimal machen. Soldado. Und lauf. Und lauf. Lauf, 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 lauf. Geile Franke. Nein. Schade. Ah, der bringt mich. Ah. Das war der für die Nerven. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Das war doch kein Foul. Leg mich. Wohin weiß ich doch nicht. Soldado. Und lauf, 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 der war Austin. Nein. Oh ja, nochmal. Jetzt müsste die Flanke kommen. Mit links. Boah. Ah, der hat gar keinen schlechten Torwart, glaube ich. Nee, da gibt's schlechtere. Er muss schnell entscheiden. Und er entscheidet vor, dann. Und er entscheidet richtig. Nein. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Nee, 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 nee. Nee, der läuft nicht. Leute, warum... Alter, warum passt der denn nicht? Ich drück passen. Ich drück passen. Und der Spaten passt nicht. Schon im Mittelfeld. Im Ernst. Und sieh den Ball zurück. Und der ist so schlecht, dann. Nein, schade. Ah, ich bin kein Pass an. So kann er den Ball mit Leichtigkeit anfangen. Ja, Abseits. Ja, Abseits. Oder? Nee, nee, nee. Da gibt's nicht groß. Ich würde mal behaupten, dass man auch schon stehen bleibt. Und jetzt. Boah, ey. Nein, nein. Alter, Spaß. Das kann doch nicht sein. Kosten, Alter. Wie ich Glück hab. Okay. Das ist jetzt von mir natürlich ein bisschen unverbind. Gebe ich zu. Lauf. 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 Nein. Das gibt's nicht. Also den hab ich ehrlich gesagt schon drin. Der ist zu stark geschossen. Oh nein, da hab ich zu stark drauf gedrückt. Okay, also solche Bälle muss ich halt machen. Solche Bälle muss ich halt machen. Oder solche Schüsse. Schade. Schade. Und BAM. Tobiand. Na also. Okay, bisschen unverdient. Gebe ich zu. Titel. Aber. Muss man halt zwei Tore schießen. Finde ich gut. Na ja, weiß ich nicht. Abseits. Also ich glaub, diesmal bin ich, ja, okay. Und zwar ins Absatz. Kommt wohl. Gebt erst mal die Flanke da hoch. Flanke. Kommt wohl. Nein. Die Flanke ist kein Problem dahinten für die Abwehrspieler. Mein Gott ist der Stahl, wenn sich an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Oh, scheiße. Ah, da wollte ich gut finden. Mist. Müllmann. Müllbauer. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Nein. Abseits. Alter, hätte ich nicht gez... Also wäre das keine Abseits gewesen. Ah, okay. War auch Abseits. Gut. Go, go. In vorn damit. Nach hinten, Junge. Ich denk nach hinten. Uwe passt da hinten. Ich kann nach hinten. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Soldado. Nein. Dammit. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Ja, ganz kein Foul, hab ich auch so gesehen. Ähm. Würde ich sagen. Dicken Pass nach vorne. Bamm. Der Scheiße. Der Scheiße hat nicht geklappt. Was? Ach ja, sicher. Ich bin doch rot. Der Schiedsrichter und die gelbe Karte raus. Was hat den da noch mitnimmt? Ich bin Binjagd. Ich bin scheiße. Weiter Wurf. Bamm. Na also. Läuft. Und Lauf. Von Regas. Okay, da ist er nicht schon jemand. Aber er hat einen Schuss. Ups. Den verzieht er. Ups. Den verzieht er. Den hat er super geschossen. Das ist aber so. Reporter. Mit Soldaten. Wunder. Nein. Scheiße. Das ist nicht so gut. Also aber das sieht so aus, als würde ich zur Halbzeit auf jeden Fall mal um 1-0 in Pause gehen. Hört sich doch wieder an. Gegen das Ravioli-Karat. Verdammt. Komm. Pause. Komm. Pause. Der war nice. Okay, das war gut. Lauf, lauf, lauf. Okay. Fertig gut. Pausenführung. 1-0. Petro natürlich. Und machen wir den hier weiter? Ja, also. Und pfeift die zweite Halbzeit an. Oh, 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 oh. Piquet ist halt. Festung dahinter. Schöner Flügelweck. Ah. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. 0. Ja, sicher. Erstmal pfeift. Petro. Sagte er. Komm, abseits, abseits. Ich bin für abseits. Immer mal. Der Ball ist frei. Ja. Abgefälscht der Ball. Und immer. Wie? Hä? Der? Ich? Ich? Spack. Ja, abseits, ganz klar. Und das ist kein Abseits. Der war ja frei. Aber er stand im Abseits. Vielleicht ist Kabel verändert sich drauf. Der einzige Abteil an. Kabel. Ja, er hat sich den Ball wieder gut. Gut gemacht. Auch Fabregas. Ein ziemlich blöder Abteil. Piquet. Was zu dem? Ich hasse das nicht. Oh, die Netze. Ah, gut. Ich will das. Ah, Technik. Oh, was. Ah. Fältet sich selbst im Mittelfeld. Cissi. Abseits. Abseits. Also. Zu früh. Da wird Abseits gespielt. Abseits. Ja. Und. Lauf. Scheiße. Nee. Nee, 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 nee. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ein schöner Zweikampf von ihm. Kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Durchkombiniert. Oh. Ach, Scheiße. Was war das denn? Oh. Oh, der war gar nicht schlecht, ne? Und Eckball gibt es. Und bam. Oh, nein. Der war auch schön, oder? Nochmal Eckball. Das ist ein geiles Kopfball. Piquet. Piquet. Das ist ein geiles Kopfball. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Es geht da, den Geler. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Aller Achtung. Fehler von win. Okay, aber den, komm, komm, komm. Der ist sicher. Der ist sicher. Der muss sicher sein. Und Schuss. Nein. Oh, fuck. Da wird der. Und Schuss. Ja. Ja, Mann. Wow. Na also. Passt, würde ich sagen. Ein Pünktchen würde Ihnen ja schon reichen. Na also. Geil. Geile Scheiße. Da fehlt doch nochmal die Zeit, was ich für ein Case-Race ist. Bin ich persönlich sehr ruhig. Also wenigstens einhacken. Bisschen. Dann möchte ich doch mal gerne die 100 Meter Zeit wissen. Wie schnell denn? Definitiv. Sich sehr gut blockiert vom Verteidiger. Was? Was war das denn? Alter. Richtig geil, würde ich sagen, oder? Engine. Ich liebe diese Engine. Ist einfach. Der Hammer. Guckt euch. Alter. Ja, sicher. Die Ballung. Nicht zu dem. Wow. Ich komme mit der Engine noch nicht so richtig klar. Das muss man ja ganz alles sagen. Achtung, genau hingeschaut. Was? Alter. Mann. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Hammer aus dem Hammer. Einfach richtig geil. Mann, der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Fabricas. Ah. Die verstehen sich blendend. Ein Ball, zwei Spieler. Ballstoff hätten wir von den beiden. Gefürchtet in der ganzen Liga. In der unglaublich hohen achten Liga. Scheiße. Das Stadion zischt. Das Stadion kocht, Bushi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt. Und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Und jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Lauf, 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 lauf. Ich bin doch nicht angespannt. Richtig starker Pass. Und richtig scheiße angenommen. Oh, ich war. Ja, ohne Witz. Geile Flanke. Geile Flanke. Nein. Schade. Gar nicht schlecht. Okay. Aber ich würde sagen, einfach mal. Super eingegangen. 2 zu 1. Auch wenn ich zugegeben ziemlich gut hatte. Fast mal einfach. War aber ausgeglichenes Spiel, würde ich mal jetzt behaupten. Möchte ich mal für sich? Ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen. Ja, okay. Ein bisschen besser war ich natürlich. Ich sage Ihnen tschüss, auf Wiedersehen. Bis die Tage. Ähm, ja. Der hat auf jeden Fall gut gespielt. Und wir haben den Titel und 3000 Münzen. Biatsch. So. Ich würde mal sagen. Das war es dann aber auch bei der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, liken, blablabla, Level 24. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, denn dann spielen wir noch eine Runde Saison. Und zwar diesmal Liga 8. Biatsch. Bis. Tschüss.